Ja, moin und hallo, willkommen zurück bei Nioh. So, ich habe eben mal wieder ein bisschen in unserem Enventar aufgeräumt und habe auch eine unserer Rüstung jetzt mal angepasst. Die habe ich nämlich auch auf die Plus Eins angehoben, nämlich den Küras. Da hatte ich ein passendes Rüstungsteil, was ich dann ebenfalls als hier im Bild hier mit unserer Rüstung kombiniert habe, um es eben anzuheben. Und jetzt können wir hier, ähnlich wie beim Speer, auch noch das Ganze veredeln. Und zwar einmal das Standard, dann können wir, okay, hier heißt es so, also veredeln. Das hat zur Folge, dass wir höhere Grundwerte benötigen. Das ist aber wirklich minimal, wenn ihr mal guckt. Wir brauchen sechs Konstitutionen und sieben Stärke unten und es wird um eins jeweils angehoben. Verteidigung sieht jetzt natürlich auf den ersten Blick auch nicht so mega viel aus, viel Verteidigung mehr. Das ist ja auch noch auf minimale Vertrautheit. Ich denke, ich mache das jetzt gleich einfach mal. Alternativ könnte man auch mit Verstärken mehr oder weniger das Gleiche erfüllen. Sie wird dann wahrscheinlich sogar noch einen Ticken besser, aber auch schwerer. Und nee, mehr Gewicht finde ich jetzt nicht so geil. Dann nehmen wir mal veredeln, weil das ist nur irgendwie kein Problem hier. Die Anforderungen erfüllen wir locker. Und damit ist unsere Rüstung auch wieder einen Ticken stärker. Und mehr können wir momentan glaube ich nicht, weil mehr Sachen mit Plus Eins habe ich nicht gehabt. Nee. Den Rest hatte ich hier alles vertickt, beziehungsweise angepasst. Okay. Gut, dann haben wir das. Wir können noch eine Stufe aufsteigen. Das packen wir auch wieder in die Magie. Ich glaube, das könnte echt ganz witzig werden, wenn wir hier immer stärker werden. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, wir haben jetzt schon mal den Faultier-Talisman dabei. Können wir uns jetzt sogar schon zweiten einstecken. Das ist schon echt praktisch. Und ich glaube, wenn ich davon zwei habe, werde ich als nächstes dann tatsächlich mal... Ich weiß noch nicht. Wir haben ja noch den Schutztalisman, der eigentlich ganz praktisch ist. Und es gab doch auch einen... Welcher war das gleich? Barriere nicht. Regeneration. Es gibt auch noch einen, der uns... Verdammt nochmal, wie ist denn das? Das ist unser Key verbessert. Doch, das ist bei hier. Beispielsweise eine Key-Regeneration. Das könnte auch noch ganz witzig sein, wenn wir uns die dann auch noch mit einpacken. Also, ich denke mal, mit der Magie können wir momentan noch am besten was empfangen. Das bisschen schaden, was wir bei den anderen Fähigkeiten, wie Stärke und Fähigkeit ist es glaube ich sogar. Ja, die beiden meine ich sind für unseren Speer, wäre noch vom Vorteil. Ja genau, Stärke und Fähigkeit. Aber das ist D+, also das wäre echt minimal, die Ausbeute. Ich glaube, selbst wenn wir das auf 99 hochbringen, ich glaube, da kriegt man vielleicht 40, 50, 30, irgendwas zwischen 30 und 50 mehr Schadenspunkte dazu am Ende. Also, das lohnt sich nur wirklich nicht. Okay. Ja, soviel dazu. Und jetzt machen wir mal der Hauptquest weiter und ziehen mal nach Osten. Mal gespannt, ob jetzt mir hier noch eine Zwischensequenz kommt. Erstmal taktische Kart. Die Regierung wurde von Feierabend verlängert, aber die Feierabend wurden, als der Feierabend war, die sich in den Fall verraten. Die Regierung wurde von Feierabend gelegt, Fudewa. Die Regierung wurde von Feierabend gelegt, aber... ...eine Wurzeln! J jurisd an Firuizumi Uchiwara? Etwa Takumi Fujiwara? Scheiße, müssen wir jetzt hier ein Downhilldrift ablegen, oder was? Ja, jetzt würde wahrscheinlich kein Mensch wissen, wovon ich rede. Macht mir aber überhaupt nichts. Gut, okay, wir haben nun der Hauptquest ewige Rivalen. Lockern ist dem Roll bekommen wir eine Flöte. Danke dafür. And wir Wir bekommen einen Seelenkern als Belohnung, ist ja auch interessant. Neu-Kudamas war noch die Rettung, na da bin ich immer gespannt. Vielleicht hat es Hakutaku, die er schon berichtet, aber wir sehen uns mit einer brenzligen Situation konfrontiert. Auf der Flucht vor den Truppen der Fujiwara scheint Yoshitsunu verschwunden zu sein. Und zudem scheinen die Fujiwara den Chuzon-Tempel, den er aufsuchen wollte, komplett umstellt zu haben. Hm, so wie es aussieht, können wir nur durch den Vordereingang rein. Aber gerüchtensvoll gibt es noch einen Weg in den Tempel. Aber jetzt müssen wir los, die Zeit drängt. Hakutaku war glaube ich unser Ziegenmann, ne? Unser Ziegenschutzgeist-Onkel da. Das in Osho und damit weit weg von der Hauptstadt gelegene Hira... Hira... Hiraizumi hat in der Spätphase der Heian-Zeit unter der Herrschaft des Fujiwara-Clans eine eigenständige und einzigartige Kultur entwickelt. Die strahlende goldene Halle des Chuzon-Tempels, deren Bau Kiyohira, der Gründer des Fujiwara-Clans, in Auftrag gegeben hat, setzte dieser Ära ein Denkmal. Die Halle fand selbst in den Reisechroniken des Marco Polo Erwähnung. Die Fujiwara waren zwar weder mit den Tairan noch mit dem Minamato verbündet, wollen sie sich aber dank ihres intensiven Goldabbaus unabhängigen Wohlstand sichern. Allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte, dieses unheimlich leuchtende Gold habe etwas mit den Yokai zu tun. Okay, bauen sie da etwa nicht nur Gold, sondern auch Seelensteine ab? Ja, was? Oh, ich bin deroi. Wir sind dero. Ich bin dero, der mir leuchtet. Ich bin dero. Ich bin dero. mein ich irgendwie sehr cool gut da sind wir jetzt laufen wir natürlich erst mal standardmäßig zurück um zu gucken nein kein kodama hier nur welche hier den richtigen kodama sehen hatte ich schon aktiviert richtig richtig schon 15 schon sehr schön alles klar dann wollen wir doch mal hier hat schon gleich einen erwischt und kriege aufgespießt ist interessant ist ja interessant wie viel göttliches zeug hast du dabei jede menge na dann nutzen wir dich noch mal zum wahren werden erste gegner für mich für heute und endlich das war ja einfach sehr schön und wieder etwas göttliches mehr das ist nicht eine ganze menge leute holy shit ganze ganze menge hier guckt er den schaden wo der brennt schon ohne dass wir unsere feuer spielen uns zack schade jetzt auch den blitzschaden noch dazu bekommen aber hat ja auch so gerecht oder schung wir rennen ja einfach durch die gegner durch geil ehrlich du hast nicht nehmen ich beschränke mich jetzt mal nur auf die die wirklich nur göttliches dabei haben sonst wird selbst mir das ein bisschen viel oder eigentlich sprung einbauen habe aber ein bisschen zu viel auf die tasten gehauen was soll hat ja auch so gelangt okay geht es gar nirgends weiter ich dachte hier gibt es vielleicht noch einen alternativen weg wir konnten hier nur außenrum einmal rumlaufen nichts zu sehen keine kodamas in sicht dann geht es hier mal weiter moment aber erstmal gucken wir hier das können doch doch ein guter ort sein um ein kodama zu verstecken müssen und andere auf auf jeden fall echt schön hier gucken können wir das öffnen das riecht nach einem shortcut echt schick gefällt mir hübsch hübsch bin mal gespannt aber jetzt wenn wir wahrscheinlich wieder mit die rühlen vertrieben das ist eine zauberwerbung jetzt habe ich über angst du kannst du ihn schon alt ich habe mich unterbrochen ich habe mich schon wieder unterbrochen jetzt hat er sogar richtig schaden aber bringt dir gar nichts so erledigt penner was ist denn hier los was war das denn was ist das warum bewegen wir uns hier im schneckentempo aus der wieder so spinnen scheiß oder was da aber wir arge performance einbüßen ist echt komisch wirklich erst seit dem patch bei mir schlimm gewonnen und da wieder es gab eben auch nur noch die anderen kleinen patch ich habe es aber auch nicht besser noch ja Wir sind schon ganz immer hier drauf gegangen. Und tschüss. Ziemlich gemein, sich hier so anzuschleichen, aber naja. Die Typen wieder. Da ist ein Schrein, da kommen wir aber jetzt noch nicht hin. Tschüss. Was? Jetzt aber. Ab mit der Rübe. Da unten läuft noch mehr rum. Da hängt einer. Oh, wieder so ein Zauberungel hier. Und Alter. Was ist denn was hier? Das Level ist aber irgendwie anscheinend performenstechnisch etwas merkwürdig aufgebaut. Holy shit, ey. Aber nur an manchen Stellen hier laufen wir wieder relativ normal irgendwie. Den schieß ich mal gleich runter. Habe ich keinen Bock, den übersehe ich doch nachher sonst. Boah, das ist ja übel. Das erinnert mich an das eine Level aus Dark Souls. Am ersten Tag habe ich damals noch auf der PS3 gespielt. Da merken wir uns mal wie lange das eigentlich schon her ist. Das hat auch ein übelste Performance-Probleme. Bei einem bestimmten Level Blight-Tone war das glaube ich, so ist der. Da lief so fast das ganze Level so ab wie eben. Was auf einer Konsole ja noch umso trauriger ist. Weil da kann man ja nicht mal sagen, das liegt irgendwie am System. Wobei ich auch sagen muss, auch wenn mein PC nicht mehr der jüngste ist und ein Update benötigen würde. Dank der aktuellen Grafikkartenpreise allerdings nicht so sinnvoll. aber das ist ja auch ein bisschen mein PC. Dann haben wir ja auch ein bisschen Mist gebaut. Wie komme ich denn an dich? Da müssen wir wohl irgendwie... Aber da oben waren wir doch eben noch nicht, oder? Moment, wo kamen wir jetzt her? Jetzt muss ich ja mal kurz gucken. nee wir müssen uns dann oben von dem schreien da auf mal runter fallen lassen würde ich mal vermuten müssen wir irgendwie so runter 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 oh man hoffentlich bald ich das im hinterkopf ich meine ich sehe ihn zwar auf der karte aber den pick dahin dann alles so kommt jetzt hier vielleicht mal neue wir haben schon lange keine neuen gegnertypen gesehen da haben wir überhaupt keine angst vor den schlangen heinis lächerlich da ist ein regel vor das kümmert durch die türen sehen ja tolle kraftjunge auch wieder eine verschlossene türen sind ganz mengen leute draufgegangen und dann links von uns war irgendwas ich hab's eben noch angesagt dass wir neues haben wollen ach schade die feuer juckt überhaupt nicht wir merken schon gar nicht das ist sofort wieder abgekloppt die hätte ich auf der zähne und runter ein ekelhafter riesiger block gegner interessanter gegner auf jeden fall mal was neues wirklich auch was komplett neues nicht irgendwas recycelt ist sondern ich weiß was du kannst wir sind auch ein späronkel spär tante das können wir auch die treffende wo geht das geben wir deinen lack was benutzt du für eine rüstung das ist doch glaube ich nicht mal ist das überhaupt drachen hin ja gesundheit nahkampf schaden und verwundbarkeit durch ausweichen verlängert und bekannte schulken wahres drachenschwert was das denn beschleunigte kiri generation an der hütte ein angriffswert wenn du das drachenschwert oder clown einsetzt interessant ja und das ding benutzt er das hat ein schwert und clown er hat aber ein speer benutzt interessant interessant kann natürlich sein dass er nur eine der beiden waffen benutzt aber dann ich bin mir gerade auch nicht hundertprozentig aber ich meine schon dass man wirklich auch die rüstungsteile und so bekommt die andere spieler benutzen oh scheiße ja wenn es doch das ist toll oh poli steht das nur noch wirklich sein ganz fast erledigt respekt für so einen Beko Gegner den haben wir uns fast noch klein gekriegt ist immer wieder ganz gut dass unser bild eben so viel leben auch beinhaltet ich glaube so manch anderer spieler wäre da locker drauf gekommen dann noch vielleicht eine leichte rüstung und ein bisschen schwächer rüstung noch dazu vom level her dann wäre das wahrscheinlich schon eklig geworden für den hier höre ich noch einen kodama oh ja wo ich da gerade durchrolle merke ich wenigstens in diese performance einbrüche gerade wieder weg ist doch komisch dass sie hier eben nur an bestimmten stellen waren und auch wirklich nur sehr sehr klein oben am eingang und an diesem einen steg wo es mal so ein bisschen geruggelt hat so moment mal wo ist denn der jetzt boah das ist ja alter das ist ja fies ich habe das jetzt nicht mal gecheckt dass man die sogar kaputt machen kann die kleinen ja aber diese großen auch kann man die hier auch kaputt machen ja gut das lohnt sich jetzt aber amrita technisch nicht also das ist ja nur so wenig sowas hätte sich vielleicht ganz zu beginn des spiels mal ein bisschen gelohnt aber ich werde jetzt hier nicht rumlaufen und alle kaputt hauen wie bist du eigentlich wieder da hochgekommen du Limmel komm mal schon runter hier ich glaube es geht los ich habe ja volles leben jawoll den haben wir es gegeben ah hier hat es schon welche erwischt die waren unvorsichtig ja gut nur zwei leuten wir wissen sie können schaden machen wenn sie wollen das kann schon eklig werden plattenkopf fand der Hayabusa hm echt die frage dass sie wirklich mit den Rüstern der Spiele zusammenhängt ich dachte eigentlich immer schon aber denken ist nicht wissen von daher ich kann es euch nicht genau sagen nicht zu sein so jetzt sind wir hier dann machen wir erstmal die Tür auf dann haben wir irgendwo ein Kodama und weiter nach oben ging es ja auch zum Schrein hier sind wir eben hochgelaufen richtig richtig dann laufen wir hier mal weiter so was haben wir denn hier hier ist einfach ein dunkler Bereich bist du der Obermuckel hier vom dunkler Bereich da sieht nichts aus aber da vorne haben wir schon blitzschauen wir es da auch jetzt gibt es vorher noch dazu peng und erledigt die perfekte Kombination haben nicht nur unseren zweiten Sperr gebraucht ok ich glaube der Obermuckel ist unten das ist wahrscheinlich der der einbeinige Axt man hätte ich fast gesagt aber der hat ja keine Axt ne der ist es nicht der ist es nicht Theorie nicht bestätigt aber er hat uns nicht einmal getroffen wie ein junger Gott sind wir um ihn herum getänzelt oh sorry sorry oh das fand er nicht so lustig das muss man nur vorstellen wir wissen ja die könnten auch echt Schaden ausdrehen Peng 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 mit kätzrisches leuchten sehr schwer das sind das gerade als kaputt gemacht ihr habt einfach nicht mehr Bar découvrir durchzulaufen also ein bisschen vorsichtig und machen er macht noch ganz guten schaden wo du machst du mal richtig guten schaden so da wächst man jetzt noch die flammen schwer ich bin schon ganz gut schauen wir durch das feuerbedürft ist ja ausgehalten das ist jetzt davon der war mal gar nicht mal so ohne so was haben wir hier schlüssel zur kammer der heißen kräume interessant wer weiß wo die ist er weiß wo die ist meinem glück werde ich dran vorbeilatschen sie nicht mal finden irgendwo hinten gab es ja eine tür wo er sagte sie sagte charakteren dass die tür verschlossen sei da ist sie auch schon so viel dazu doch nicht dran vorbeigelaufen dämonen heute kürz schwanenspeer der monode ach so das ist das ding was wir ganz zu beginn mal sogar hatten als vorbesteller poni war das glaube ich leibhaftiger dämon gesundheitsanzug nahkampf kühl ich glaube es war eine ergenau das war ein schweres und deshalb habe ich die ich benutze bei kratzern ist eigentlich gar nicht so uninteressant was das ding hier alles kann aber nein schwer rüstung nicht mit mir schwerer helm vielleicht den trat man ja auch gerade aber ansonsten und ich bin gerade wieder froh wirklich froh dass ich den flammensperr dabei habe gegen solche gegner wie eben mit hoher blitzresistenz ist das schon echt geil wenn wir einfach umsteigen können hätte ich schon viel früher machen können aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns ist ja gerade mal der erste von drei dlc ist und das new game plus und so weiter gibt es ja auch noch so jetzt will ich doch noch mal gucken das war nie vergesst ist das war ja wo ich den oder mal gesehen habe ich gefragt habe wie wir dort hinkommen ich wollte nur auf nummer sicher gehen das nicht doch dran vorbei so was haben wir hier so was haben wir hier so was haben wir uns oh nein ach der uns erwischt hat der ein stich gegeben die katze hat ihn jetzt gebild so und jetzt hier ist es Hier ist gerade so dunkel, dass ich wirklich nichts sehe. Ein Magathana gefunden und göttlich. Das ist dein Accessoire, das bestimmt wieder nicht meinen hohen Anforderungen entspricht. Beziehungsweise, was heißt hohen Anforderungen, nicht besser ist als das, was wir bereits benutzen. Okay, äh, ah ja, hier kamen wir ja. Ist gerade irgendwie ein bisschen tricky hier durchzusteigen. Hier können wir was plündern. Geisterstein. Ah, guckt an, hier haben wir die Ecke, wo wir hoch können, um uns den Kodama zu angeln. Und ein Sudama wartet auch schon auf uns. So, was schmeiße ich ihm denn mal hin? Was haben wir denn, Feines? Ah, nee, das Ding ist plus eins. Das sperren wir gleich mal. Das schmeiße ich ihm nicht hin. Plattenkopfband der Hayabusa. Ist eigentlich auch ganz, ganz interessant hier, die Werte auf jeden Fall. Unbekanntes Shuriken könnte natürlich, also wenn man wirklich einen auf Ninjutsu spielt, ist das echt geil. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, weil das ist nicht mal ein prozentualer Wert dahinter, sondern du kannst die Dinge einfach raushauen. Gilt aber wahrscheinlich auch nur für die normalen Shuriken. Aber wenn, wie gesagt, also wenn man die wirklich hat, kann das eigentlich schon ganz lustig sein. Die machen jetzt zwar kaum Schaden, aber die Tatsache, dass man die dann unbegrenzt rausballern kann. Und es gibt ja auch eine Fähigkeit, mit der man die schneller werfen kann. Könnte ich mir schon ganz witzig vorstellen. Ist jetzt vielleicht nicht mega hilfreich und auch nicht overpowered oder sowas, aber witzig auf jeden Fall. Gar keine Frage. So, wo müssen wir jetzt lang? Er ist jetzt hier unter uns. So richtig? Ja. Gut, dann haben wir dich auch. Das ist Nummer zwei. Zack und zack. Bei meinem Glück lag da jetzt was, aber ja. Es war kein Kodama, dann ist der Rest nebensächlich. Apropos, hier muss ich auch noch mal das, ich nenne es jetzt mal Erdgeschoss abgehen. Ja, hier ist er nämlich. Ach, das Kodama-Gespür. Ist einfach immer wieder praktisch. Okay, weiter geht's. Rein, raus. Der dunkle Bereich. Nochmal. Und das ist aber wirklich ständig ein Hin und Her. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht schon irgendwie so ein bisschen nach Bossfight aus. Ist es aber wohl gar nicht. Hier haben wir eine Tür zum Öffnen. Aber wir sind immer noch nicht. Ach doch, das ist die Tür, wo wir jetzt an den Schrein hier umkommen, richtig? Hier können wir uns fallen lassen. Da gibt's was zum Plündern. Da müssen wir ja auch wieder den kompletten Weg zurück latschen. Hm. Hier können wir auch noch. Was heißt auch noch nach oben? Hier kommen wir auch gerade her. Ah, okay. Bin hier etwas blind vorbeigelaufen, aber ich hatte eben nur Augen für den Kodama. Wie so üblich. Ja, komm, wisst ihr was denn? Ihr nehmt mir noch mit. Wer weiß, was der Geiles hat. Hm. Nichts wirklich Geiles. Aber hätten ja auch noch ein paar göttliche Rüstungsteile sein können. Und wenn sie nur dafür da gewesen wären, um unsere aufzurüsten. Und wir sind ja auch jetzt ruckzuck hier wieder hergekommen. Bete ich jetzt? Ja doch, ich muss an dem Schrein beten, dass wir den als Einstiegspunkt wieder haben. Also, bete ich jetzt auch noch. Okay, was brauchen wir für den nächsten Levelaufstieg? 1,9 Millionen. Schauen wir mal, ob wir das in der nächsten Folge erreichen. Denn dann geht's weiter. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin, Leute. 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 Vielen Dank.